Jo meine Freunde, was geht ab und bonjourno hier aus Italia. Wir sind in San Marino und besser gesagt in Imola. Das Devue gab es 1952 und ja, die Strecke ist ja angelehnt an Enzo Dino Ferrari, den Sohn von dem legendären Enzo Ferrari. Michael Schumacher hat hier 7 Wins und somit ist auch mit Abstand der mit den meisten Wins 4909 Meter, hat eine Runde Länge, 19 Kurven, man glaubt es gar nicht, 9 rechts und 7 links und 63 Runden sind hier zu absolvieren. Hier Enzo E. Dino Ferrari, der ist an einer Muskelkrankheit verstorben und ja, was soll man sagen, eine der traditionellsten Rennstrecken, natürlich auch viele, viele Leute hier gestorben, also wirklich. Eine DS-Zone gibt es lediglich aus der 19er Kurve raus bis dann zur zweiten Kurve vor, bis zur Tamburella Kurve. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne einen Daumen hinunter, schaut auch gerne auf Instagram-TikTok vorbei, den Detection Point gibt es schon in der vorletzten Kurve. Hier haben wir nochmal eine Länge mit 4.009 Metern, nochmal eine kleine Track. DS ist zwar nicht eingezeichnet, aber ich habe mich gefreut, dass es das wenigstens gibt. 19 Kurven und so sieht die Strecke dann in 3D aus, komplett gerade, also komplett gerade nicht, aber so gut wie sehr eben. Also es gibt wenig. Hier direkt rein auf der geraden, erste Kurve, nach Start und Ziel gleich erste Kurve und DS auch. Die erste Färbung mit kompletten DS hoch. 2 und 3 ist und 4, die hängen da gleich zusammen. Zack, hier muss man eigentlich immer an den Curbs bleiben und links echt aufpassen. Da sind auch ein paar rausgekommen im Qualifying sogar noch, also auch im Kies. Die Kiesbettes sind hier so nah. Q5 und 6 sind eigentlich fast ein Ebenbild von 3 und 4. Zack, 5 und 6 und dann wird es tricky. Das ist dann Kurve Nummer 6, nein 7, sorry. Die ist auch sehr, sehr mega tricky, weil rechts, ja man rutscht da richtig weit raus. Ich bin hier viel zu weit rausgerutscht, ich habe es auch gesehen. Ich bin eingelegt, habe einmal quergelenkt und habe einmal einen Querstieg gehabt und dann, ja, willst du natürlich die Zeit mit rausnehmen und dann sieht es leider so aus. Kurve 8 ist nur dieser Knick hier, aber 9 hat gestern Lando Norris seine Bestzeit gekostet. Muss man leider sagen, der ist dann ein bisschen zu weit drüber gekommen. Die Tracklimits sind hier erbarmungslos und dann wird es tricky. 11, 12 und 13. Die Kurven haben sich gestern ziemlich als tricky herausgestellt. Hier hat doch Bottas einige Zeit verloren. Wir werden noch mal über das Qualifying reden natürlich. 13, hier nachher 11, Vollgas, aber dann musst du hier den richtigen Bremspunkt finden. Im Rennen werden hier die Tracklimits wahrscheinlich nicht so hardcore sein. Aber ja, was soll ich sagen, dann geht es rauf. Hier könnte man einen Detection Point für DS noch machen und dann geht es in Kurve 14 und 15. Da waren links auch die Tracklimits, eine Riesensache und da haben auch die Autos fliegen gelernt in dieser Schikane, muss man sagen. Eine mega coole Strecke, aber mega eng und das ist halt auch das Ding hier in San Marino, also gesagt in Italien. Oder in die Miliana Romana. So, das war dann Kurve 16 und 17 und 18 sind für mich die trickigsten Punkte überhaupt, weil hier verliert man so viel Zeit. Also wirklich, weil du musst echt richtig aufpassen auf die Tracklimits und das Kiesbett ist auch hier erbarmungslos nah dran. Also man sieht es auch hier mega knapp dran, das Ganze und zack, hier innen. Wir waren auch gut dran, ich bin auch echt gut gefahren. Hier ein bisschen zu früh eingelenkt, aber sonst muss ich sagen, war das Ganze ein bisschen sehr spaßig und dann geht es hier in die letzte Kurve 19. Da wäre schon bei der Formel 1 eine Runde vorbei. Wir müssen bis ganz zur Boxenausfahrt fahren und das war eine Runde hier in Imola. Mega spaßig, falls es euch gefallen hat, aber jetzt kommt noch ein Qualifying Review von gestern. Ich bin sehr gespannt, wir werden ein bisschen drauf gucken, wie wer so gefahren ist. Und die größte Überraschung meiner Meinung nach, gestern war auf jeden Fall mal Sergio Perez. Also die Top 3 mal innerhalb einer Zehntel, das war mega knapp und man hat auch gesehen, Verstappen hat gestruggelt. Perez fast, wenn der dann eine Sekunde irgendwo noch ein bisschen früh aufs Gas gegangen wäre, hätte Perez da die Pole geholt und das wäre ich knapp. Norris war auch knapp dran an der Pole, aber man muss sagen, der hatte dann ein Tracklimit drin und das hat ihn dann die komplette Pole, nein, Polezeit nicht, aber er wäre auf den zweiten Platz gehüpft. Sehr enttäuschend auch, ein Bottas nur auf dem achten Platz, Leclerc mega gut, Gasloch wieder weit vorne, Riccardo endlich mal, ja, fast auf Augenhöhe von Norris, weil der nicht die Rundenzeit gestrichen bekommen hätte. Wird da hinten ein bisschen enttäuschen, dass halt Alonso nur 15 da ist, aber es wird heute ein mega spannendes Rennen. Hier sehen wir nochmal den mega Abstand, alle drei, 1, 2 und 3 in einer Zehntel und die anderen dann 0,4 dahinter, also mega interessant das Ganze. Und vor allem, was macht Repul heute aus dem Taktikvorteil? Das wird, das und vieles mehr werden wir, ja, circa jetzt sehen, also gönnt euch das Ganze. Mein Tipp für das heutige Qualifying ist auf jeden Fall, ich denke mal, Hamilton kann das nicht stemmen gegen die beiden. Ich sage mal, Verstappen gewinnt, Hamilton und Perez. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne einen Hörner um da und morgen kommt dann das Race Review Video. Und zack, hier geht es dann nochmal drüber. Abonniert den, schaut gerne auf Insta und TikTok vor allem vorbei und wir sehen uns hoffentlich. Irgendwann anders auch wieder. Dienstag wird wieder reagiert und Mittwoch kommt.